Und auch dir selbst ist es bestimmt, unter der Mauer Trojas, der Gott begütert, umzukommen. Doch etwas anderes sage ich dir, und trage es auf, wenn du folgen wolltest. Lege nicht meine Gebeine von deinen getrennten Achelassen. So soll uns bei uns die Gebeine die gleiche Urne umhören, die goldene, zweihängliche. My love, my love, this is my dream for you. Es hat mich dran müssen. Totally clear. Ah, clear. Ah, klar. 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 Ich bin echt in die Luft geflohen. Immer weiter heulen. Es war die gleiche Stelle. Klar. 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 Es war die gleiche Stelle. Klar. Ich fing einfach an zu weinen. Ich fing einfach an zu weinen. Ich konnte gar nicht mehr aufhören mit weinen. Sie schreckten mir lange irgendwelche Pille in den Mund. Aber ich musste heulen! Ich musste immer weiter heulen! Heulen, heulen! Ich konnte gar nicht aufhören! Immer weiter heulen! Immer heulen! Heulen, heulen, heulen! Ach! Nummer 4. 1, 2, 3, 4. Regen! 4! 4! Er richtete seine Macht auf mich. Ich war so ruhig gedreht, dass ich ihm den restlichen Kopf abriss und ins Grauswand! So misshandelte dieser den göttlichen Hector in Zorn. Dann ruhte er wieder. Frau Doktor, ohne wahre Feinde gibt es keine wahren Freude. Wenn wir nicht hassen, was wir nicht sind, dann können wir auch nicht lieben, was wir sind. Das sind sehr alte Wahlen. Wer sie leugnet, der leugnet auch seine Familie, seine Herbe, seine Herkunft, sein Geburtsrecht, seine Kultur, sich selber. Untertitelung des ZDF, 2020